Ich habe mal wieder so einiges gespielt und davon möchte ich euch heute berichten. Ich habe wieder sieben coole Spiele mitgebracht und auf geht's. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, von dem habe ich auch schon in einer meiner vergangenen Top-Listen sehr ausführlich berichtet. Es ist einfach eines der besten Eurogames, das in den letzten Jahren herausgekommen ist, Wasserkraft. Wasserkraft ist einfach nur... Wasserkraft hat alles, was ein richtig geiles Spiel braucht. Wasserkraft hat einen tollen Mechanismus, es hat hier einen extrem coolen Worker-Placement und einen extrem coolen Ressourcen-Mechanismus, bei dem unsere Ressourcen quasi immer nur auf Cooldown sind. Wenn wir unser Rad drehen, können wir dann schneller an die Ressourcen kommen. Es hat einfach eine extrem gute Spannungskurve, denn ja, wir können uns gegenseitig das Wasser abgraben, die Situation auf dem Board verändert sich ständig, man kann den Leuten in die Parade fahren, man kann sich aber auch in Ruhe lassen. Das hat einfach so das komplette Spiel über, hat es einfach so eine krasse Spannung, weil man immer hofft, so hoffentlich baut er da keinen Staudamm, hoffentlich gräbt er mir da nicht das Wasser ab, hoffentlich klappt mein Plan, ich will doch da dieses Rohrwerk benutzen und ja, es ist einfach so unglaublich gut und es hat einfach auch tatsächlich eine sehr gute Erweiterung. Ich habe schon gehört, die neuen Pläne sollen auch sehr gut sein, die habe ich noch nicht gespielt, wollte ich auf jeden Fall noch nachholen, aber ich finde auch schon die erste Leakwater-Erweiterung wirklich sehr gut. Bei dieser Erweiterung kann man sich eigene Worker-Placement-Felder schaffen, mit so kleinen Gebäuden, die man dann bauen kann und dann hat man auch so ein paar stärkere Aktionen, die man nur selber benutzen kann, das finde ich ziemlich cool. Ja und es ist einfach ein unglaublich gutes Spiel, ist natürlich ein bisschen expertisch, ja, ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Ich finde, es sieht auch okayisch aus, passt halt irgendwie, so das Layout passt irgendwie, ja, aber mir gefällt Partien einfach unglaublich gut. Das Einzige, wo ich so sagen muss, okay, es funktioniert einfach nicht mit allen Spielerzahlen, also ja, zu zweit muss ich sagen, ist relativ lame, aber zu dritt und zu viert ein unglaublich gutes Worker-Placement-Spiel, ein unglaublich gutes Ressourcen-Management-Spiel, weil, also wer sich das noch nicht angeguckt hat, ist selber schuld. Dann kommen wir zu einem kleinen Push-Your-Luck-Mechanismus-Spiel und zwar Lucky. Bei Lucky versuchen wir Schätze zu sammeln und es ist so, wir können, ja, so Schatzkarten immer in die Mitte auslegen und dann können wir um, ja, bestimmte Schatzkarten, die dann in der Mitte liegen oder auch bei anderen Spielern in der Auslage liegen, würfeln. Und ja, wir müssen quasi eine bestimmte Anzahl von Symbolen würfeln oder dürfen eine bestimmte Anzahl von Symbolen nicht würfeln. Das können wir dann irgendwie so lange machen, bis wir das entweder schaffen oder, ja, bis wir dann aussteigen müssen und dann gar nichts zu bekommen. Ja, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Mantis und, ja, so diesen typischen Push-Your-Luck-Spielen wie Deadman's Draw oder Port Royale. Einfach in einer sehr einfachen Variante. Das ist wirklich sehr simpel. Ich habe dazu auch einen, ja, einen Short und einen, ja, einen TikTok und einen Reel und so weiter gemacht. Das kann man halt bei solchen kleinen Spielen ganz gut machen. Da könnt ihr ein bisschen im Detail schauen, wie es aussieht, wie es funktioniert. Ich blende natürlich hier auch Bilder ein, aber es gibt gar nicht so viel zu sagen. Es ist halt einfach so ein kleiner Absacker und es führt, ja, was heißt es führt? Ich würde sagen, es ist so ein bisschen eher an die jüngere Generation gerichtet, also an die jungen Spieler, an Kinder. Bei denen man, ja, das so ein bisschen, denen man solche Art Spielen dann so ein bisschen näher bringen kann. Weil es gibt keine Spezialeffekte. Es gibt eigentlich kein, nichts drumherum. Es ist wirklich Vanilla, Push-Your-Luck. Wir wollen Karten aus der Mitte klauen oder aus der Auslage der anderen klauen. Ja, und das reihum. Es funktioniert auch wirklich nur gut mit mehr Spielern, auch mit wenig Spielern. Es ist wirklich nicht so gut. Und, ja, es ist okayisch, sag ich mal. Dann habe ich noch ein neues Expertenspiel von Shem Phillips gespielt. Das ist ja derjenige, der die, ja, Westfrankenreich-Sager-Reihe gemacht hat und auch die Räuber der Nordsee-Reihe, soweit ich mich erinnere. Und der hat jetzt ein neues Spiel herausgebracht und zwar Ezra & Nehemiah. Bei Ezra & Nehemiah geht es thematisch darum, dass wir, ja, irgendwie, ähm, Israel sind und da irgendwas mit dem Judentum machen. Also, ich glaube, wir wollen dann irgendwie auch die Lehren der Tora verbreiten. Also, und wir wollen eine Stadtmauer bauen. Also, man muss sagen, thematisch ist das Ganze, ja, irgendwie gleich zu sehen wie Monasterium, also ziemliche Grütze. Ich finde ja solche, ja, religiösen Themen einfach immer nicht so toll und nicht so spannend, weil ich halt einfach selber kein religiöser Mensch bin. Und, ja, für mich ist das dann relativ belanglos und relativ nichtssagend, weil ich mich dann auch in den Themen nicht auskenne. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für die eine, ja, für die eine Gruppe dann besonders toll ist und für die andere vielleicht weniger toll. Keine Ahnung. Naja, für mich ist es so eher so neutral und deswegen erzähle ich euch auch von dem Spiel. Denn es ist tatsächlich von den Mechanismen her ziemlich cool. Bei Ezra und Nehmeyer versuchen wir natürlich Siegpunkte zu erlangen. Und das können wir auf verschiedene Arten und Weisen machen. Und das Ganze hat einen sehr einfachen Kartenmechanismus, einen sehr einfachen Action-Selection-Mechanismus. Denn es gibt im Grunde genommen nur drei Aktionen. Eine blaue Aktion, eine braune Aktion und eine rote Aktion. Aber diese Aktionen sind immer unterschiedlich stark, je nachdem, was für Karten wir in unserer Auslage haben. Wir haben nämlich genau drei Felder für Karten und in jedes Mal, wenn wir dran sind, müssen wir in unserem Zug eine unserer Handkarten auf eine dieser Slots spielen. Also man besetzt immer erst, ja, die drei Slots voll und dann muss man in den nächsten drei Runden, also immer sechs Runden pro, sechs Züge pro Runde, ja, die anderen Karten überdecken. Und dann zählt man immer die Anzahl der Banner der Aktionen, die man machen möchte. Also wenn ich die blaue Aktion machen möchte, dann muss ich halt die blauen Banner zählen. Und je nachdem, wie viele blaue Banner ich habe, kann ich dann unterschiedlich viele oder unterschiedlich starke Sachen in meiner blauen Aktion machen. Und dabei besteht jede Aktion quasi auch aus so kleinen Teilaktionen. Also man kann mit der einen Aktion irgendwie auf so einer Leiste rumlaufen oder mit seinem Kamel irgendwie rumlaufen. Man kann aber auch noch andere so Schriftrollen sammeln. Mit der roten Aktion kann man irgendwie Ressourcen für den Tempel bereitstellen oder auch irgendwie für den Altar. Oder man kann noch solche People irgendwo einsetzen, die einem dann auch nochmal Boni geben. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und dann gibt es noch, ja genau das Graue, da kann man dann an der Stadtmauer bauen. Und da muss man aber erst mal das Geröll wegschaffen. Dafür braucht man bestimmte Ressourcen und dann um die Mauer zu bauen braucht man nochmal Ressourcen. Aber das sind dann andere Kombinationen. Das ist auch ziemlich cool. Es hat allerdings auch so dieses, es gibt so einen Mechanismus, den ich bei Spielen überhaupt nicht gut finde. Und zwar dieses, wenn irgendwie, sagen wir mal, der Startaufbau bei einem Spiel ist gegeben. Und dann ist der Startspieler in der Reihe. Und es gibt quasi so ein bis zwei Felder, die auf jeden Fall immer deutlich besser sind als andere. Aber das muss man halt sehen. Und wenn man das nicht sieht, hat man einfach einen Nachteil. Das finde ich blöd und das ist hier auch so. Denn bei diesen Mauern ist es so, es kann passieren, dass es ein Feld gibt, bei dem die Ressourcen, die man bekommt für das Geröll wegräumen, genau die Ressourcen sind, die man braucht, um die Mauer zu bauen. Und dann ist das sozusagen einfach ein deutlich besseres Feld, als wenn man ja diese Kombinationen nicht hat. Das finde ich nicht so cool. Aber ansonsten hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, bis auf das Thema, was ich halt so wöw finde oder neutral dazu stehe, weil es mir eigentlich relativ egal ist, solange das nichts Böses verbreitet. Und ja, daher hat mir sehr gut gefallen. Er ist Rene Meyer. Ich habe bisher nur eine Partie gespielt. Es ist ein relativ langes Spiel. Aber da kommen definitiv auch nochmal die weiteren Partien hinzu. Das kommt definitiv nochmal auf den Tisch. Und tatsächlich, man kann es auch ganz gut zu zweit spielen. Also man kann es in, ich glaube, zu dritt macht es auch noch Spaß. Zu viert würde ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen quatschig, weil es dann irgendwie nicht besser wird. Aber zu zweit funktioniert es auch ganz gut, obwohl es relativ wenig skaliert. Also die Mauer skaliert ein bisschen, aber die Schriftrollen, die man da noch so sammeln kann und Technologien, die skalieren nicht so toll. Also ja, deswegen glaube ich, Sweet Spot auf jeden Fall bei drei Spielern, aber trotzdem gut zu zweit spielbar. Dann haben wir mal wieder einen Fall Pocket Detective gespielt. Das Spiel liegt schon etwas länger bei mir rum und ja, irgendwie habe ich es nie geschafft, es auszupacken. Hatte nie Lust dazu, aber jetzt hatten wir mal wieder Bock auf das Spiel. Und zwar haben wir den Fall Nummer zwei, Gefährliche Machenschaften, gespielt. Und ja, Pocket Detective ist so ein Spiel, das muss man halt mögen, beziehungsweise man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Bei Pocket Detective ist es so, es gibt eine Rahmenhandlung, es gibt einen Fall und diesen wollen wir im Grunde genommen lösen. Jetzt bei den Gefährlichen Machenschaften war es so, jemand ist irgendwie aus dem Fenster gefallen und der war dann irgendwie tot. Und wir mussten dann schauen, okay, was da passiert, gab es einen Mörder, was, wie das Motiv etc. pp. Und dann funktioniert es so, man hat Karten und auf diesen Karten stehen dann Dinge oder man kann Dinge auch sehen auf diesen Karten. Und dann kann man halt immer entscheiden, okay, was möchte ich machen? Oh, ich möchte irgendwie mal in das Zimmer gehen, um mich dort unten zu gucken. Und dann, je nachdem, was man macht, muss man dann andere Karten aus anderen verschiedenen Stapeln ziehen und diese dann vorlesen. Und dann hat man wieder weitere Optionen. Also so ein bisschen Point in Click, ohne dass man aber Rätsel lösen muss, ohne dass man Sachen miteinander kombinieren muss. Aber es ist im Grunde genommen Point in Click. Da gibt es noch so einen Zusatz, das ist ganz cool. Es gibt quasi so eine, ja, so ein Polizeisterne, wie man das irgendwie ein bisschen aus GTA kennt. Das heißt, ja, da kann man irgendwie sein Level erhöhen und das ist dann irgendwie schlecht, wenn man dann irgendwann eingebuchtet wird. Und dann verliert man am Ende des Spiels ein paar Punkte, falls man da irgendwie zu viel, ja, gemacht hat, was der Polizei nicht gefällt. Und ja, dann löst man so nach und nach den Fall. Irgendwann kann man halt sagen, so, okay, ich glaube, jetzt habe ich genug gesehen. Ich glaube, ich weiß, wie der Fall ist. Ja, wir können irgendwie auch zur Auflösung gehen. Und da muss man halt Fragen beantworten, beziehungsweise, ja, man muss immer als erstes eine Frage beantworten. Hat man die richtig beantwortet, dann kommt man zur zweiten Frage, hat man die falsch beantwortet, sagt einem das Spiel, ja, nee, mach einfach nochmal weiter. Ich glaube, du hast noch nicht alles gesehen, du musst noch ein bisschen weiter forschen. Und ja, es war eigentlich ein ganz cooler Fall, hat mir ganz gut gefallen. Aber ich glaube auch, das war damals bei Die Bombe, dem Fall Nummer 1, auch schon so. Teilweise läuft es, und das war hier halt ähnlich, es läuft halt auf eine Karte irgendwie hinaus, die man definitiv gesehen haben muss. Da kommt man dann irgendwie auf zwei Arten hin, aber wenn man da halt nicht hinkommt, dann steht man halt im Dunkeln. Und bei uns war das auch so, dass wir leider, also man muss immer Karten wegräumen, bei denen man alle Optionen gemacht hat, weil es sonst super unübersichtlich wird. Denn es gibt unfassbar viele Karten im Grunde genommen und auf jeder Karte sind irgendwie mehrere Optionen drauf, die man machen kann. Und wenn man dann immer guckt, okay, was habe ich noch nicht gemacht, was habe ich gemacht, dann wird man ja kirre. Aber wir haben leider eine Karte beiseite gelegt, von der wir eine Option noch nicht gemacht hatten. Und das war genau die Option, die uns hätte vorangebracht, die uns dann zu dieser einen Karte geführt hätte, die super wichtig ist, um die ganzen Sachen in den Kontext zu bringen. Das haben wir leider nicht geschafft. Und deswegen sahen wir auch relativ alt aus, als wir die Auflösung machen wollten. Wir haben es ja auf keinen Fall gelöst. Nicht ansatzweise, sage ich mal. Aber trotzdem hatte ich irgendwie Spaß beim Zocken. Also, es kann man wirklich gut alleine spielen, es kann man gut zu zweit spielen, zu dritt ist schon, ja, fragwürdig, weil man ja dann nicht so oft dran ist oder Sachen andauernd hinterher, ja, hin und her geben muss. Aber es ist nicht so schlimm wie bei so anderen Krimispielen, wo jeder irgendwie das Material komplett auch gesichtet haben muss, weil es hier wirklich sehr kurze Texte sind, die man schnell vorlesen kann. Man kann sich viel merken, das heißt, man kann das auch einfach mit mehr Leuten spielen und es wird dadurch nicht unbedingt schlechter. Das muss ich sagen, das ist bei dem Spiel besser als bei so anderen Krimispielen, bei denen einfach Informationen dann irgendwie verloren gehen, je mehr Spieler am Tisch sind. Das ist dann halt tatsächlich hier nicht so. Das heißt, ja, rundum, ja, wieder sehr zufrieden mit dem Spiel. Ja, es ist aber so, dass man halt so bestimmte Karten halt einfach gesehen haben muss, um es zu lösen. Aber, ja, stört mich eigentlich nicht so wirklich, deswegen, ja, würde ich gerne wieder einen weiteren Fall dann demnächst mal spielen. Dann kommen wir zu einem Spiel, davon habe ich einmal berichtet, glaube ich, als es rausgekommen ist, vor zwei Jahren auf der Messe, da ist es auf Englisch rausgekommen. Es wurde derweil gehypt oder, ja, so ein bisschen gehypt, dann hat man aber gar nichts mehr gehört, es gab es auch nur auf Englisch. Aber jetzt ist es auf Deutsch gekommen oder kommt auf Deutsch, ich bin gar nicht sicher. Ich habe halt die englische Version, werde mir die Deutsch nicht zulegen, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es umgesetzt wird auf Deutsch. Ich glaube, es ist schon draußen. Es ist auf jeden Fall, es geht um Galileo Project. Galileo Project ist ein sehr, ja, kurzweiliges Spiel, muss man sagen. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft, ja, die verschiedenen Monde irgendwie bewohnbar machen wollen und wir wollen auf diese Monde Roboter schicken, die uns helfen, quasi die einzelnen Monde zu terraformen. Diese Monde, müsst ihr euch vorstellen, das sind eigentlich im Grunde genommen nur Leisten, die einem unterschiedliche Boni bringen. Und dann ist es so, dass wir immer in unserem Zug entweder einen Menschen kaufen können und dieser Mensch bringt uns entweder eine Sofortfähigkeit irgendwie und, ja, und halt Ressourcen in Form von Einfluss oder es bringt uns eine Punkt, ein Spielendepunktmöglichkeit. Also wir können die Karte dann behalten und nicht abwerfen und sondern unter unser Board schieben. Oder wir können in unserem Zug einen Roboter kaufen und diesen Roboter müssen wir dann zu einer dieser Planeten schicken und auf diesen Planeten steigen wir dann in diesen Leisten und das schaltet uns weitere Boni frei und, ja, so ein bisschen Engine Building, sag ich mal. Oder wir können eine Technologie kaufen und die bringt uns dann auch nochmal was. Und das ist eigentlich relativ einfach. Das Spiel ist zu Ende, wenn wir zehn Roboter gekauft haben, wenn einer von uns zehn Roboter gekauft hat oder der Personenstapel leer ist und dann wird geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat. Mit dem Roboter bringt Punkte, oder diese Planeten bringt Punkte, diese Punkt-Ende-Karten bringen Punkte. Das ist relativ simpel. Und dann gibt es aber einen ziemlich coolen Kniff bei dem Spiel, denn es gibt quasi diese Ressource Einfluss. Und Einfluss brauchen wir, um Roboter zu kaufen. Wir brauchen, ja, Einfluss, um Roboter zu kaufen im Grunde genommen. Und das Ding ist aber, es gibt quasi immer blaue Roboter und rote Roboter. Beziehungsweise, ja, auch die Menschen, die haben immer eine blaue Seite und eine rote Seite. Und je nachdem, wo wir auf der Einflussleiste sind, denn die ist so zweigeteilt, können wir nur blaue oder rote Roboter kaufen. Beziehungsweise nur blaue oder rote Fähigkeiten von Menschen, ja, ausführen. Und wir können aber immer am Anfang unseres Zuges entscheiden, ob wir uns für ein Credit quasi den Wechsel zur anderen Influence-Seite kaufen. Also, das ist so eine Mars-Influenz-Seite und eine Erde-Influenz-Seite und die konkurrieren so ein bisschen gegeneinander. Und dann, ja, muss man immer schauen, okay, auf welchem Track gehe ich hoch, auf welcher Seite vom Influence gehe ich hoch oder welche gebe ich jetzt aus. Und am besten muss ich immer so ausgeben, dass ich auf null komme, damit ich im nächsten Schritt, wenn ich Influence bekomme, dann wieder aussuchen kann, wohin ich gehe. Weil wenn ich auf eins bin, muss ich halt einen Credit zahlen, um wieder auf die andere Seite gehen zu können. Ja, und das ist ein ziemlich cooler Kniff. Es hat, also mehr Kniff hat das Spiel auch tatsächlich nicht. Und ich weiß gar nicht, in meiner ersten Partie vor zwei Jahren ist es überhaupt nicht hängen geblieben bei mir, das Spiel. Ich war gar nicht, ich fand es gar nicht irgendwie so cool und ich hatte irgendwie nie Lust, es nochmal zu spielen. Jetzt haben wir es halt nochmal gespielt und ich finde es mega. Ich würde es jetzt gerne sofort nochmal spielen, weil es wirklich ein richtig cooles Spiel ist, muss ich sagen. Es dauert auch nicht zu lang, es hat eine richtig entspannte Dauer, es ist halt so, ja in so einer Stunde ist das wirklich runtergespielt, Regeln super einfach zu erklären, weil man halt nur drei Aktionen hat. Mega, also ich weiß gar nicht, ja, das muss ich definitiv nochmal irgendwo ins Regal stellen, wo es ein bisschen sichtbarer ist, wo ich es dann ein bisschen schneller rausziehe. Solltet ihr auf jeden Fall euch mal angucken. Und dann haben wir mal wieder einen richtig großen Klopper gespielt und zwar Age of Innovation. Man muss einfach sagen, Age of Innovation ist das fertige, das super fertige Terra Mystica Spiel. Es ist einfach geiler als Terra Mystica, weil es irgendwie so rundum perfekt ist, habe ich so das Gefühl. Das Erste, was halt geil ist bei Age of Innovation ist die, ja die unzähligen unterschiedlichen Kombinationen von Völkern und Farben und Spezialfähigkeiten, die man ja dort in dem Spiel hat. Alleine das Drafting am Anfang, das ist schon so, also bis man da irgendwie alles gesehen hat und die coolen Kombinationen kennt oder einschätzen kann, was eigentlich gute Synergien gibt. Da vergehen einfach schon mal etliche Partien, muss man sagen. Das heißt, wenn man das so wie ich macht, der das ja vielleicht mal alle halbe Jahr einmal spielt, dann ist das tatsächlich einfach Glück oder Pech, wenn man am Anfang eine coole Kombination zieht oder nicht. Natürlich kann man so ein bisschen die Völker auch einschätzen, welche vielleicht ein bisschen stärker sind als andere oder welche ein bisschen einfacher zu spielen sind als andere. Aber im Grunde genommen ist es Glück oder Pech, ob man da eine richtig coole Kombination gezogen hat. Ja, finde ich aber nicht so schlimm. Mir hat die Vepartie mittelmäßig Spaß gebracht tatsächlich, weil wir hatten in der Runde sehr viel Downtime, muss man sagen. Also es wurde sehr lange nachgedacht, es wurden immer ja auch andauernd wieder Züge, kurz bevor sie eigentlich durchgeführt worden sind, wieder zurückgenommen, weil irgendwie doch was Besseres gefunden wurde, während man seinen Zug gemacht hat. Das hat schon ein bisschen genervt und ich habe dann auch tatsächlich einfach immer nur ein bisschen geguckt und dass die Leute mal irgendwie ein bisschen hinne machen, habe mich gar nicht so richtig um mein Spiel gekümmert. Dementsprechend schlecht habe ich auch gespielt, wobei man auch sagen muss, ich kann das Spiel sowieso nicht so gut und dann ist auch okay. Aber ja, deswegen hat es mir so mittelmäßig Spaß gemacht. Aber dieses Spiel ist grandios, es ist wirklich ein grandios, ich würde sagen, auch es ist eines der besten Euros, eines der besten Expertenspiele, die ich kenne. Alleine, was diese Vielfalt an den Kombinationen, dann diese neutralen Gebäude, die bei Age of Innovation noch hinzukommen, die sind auch richtig cool. Dann gibt es ja diese Erfindung, die man noch haben kann. Es ist einfach geil und es skaliert ja auch dann mit der unterschiedlichen Spielerzahl. Also es gibt zwei Seiten beim Board, also die Karte kann ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein. Unglaublich cool, es ist ein unglaublich gutes Spiel. Ich habe ja auch eine Regelerklärung dazu gemacht, die tatsächlich auch relativ gut lief, wo das Video auch relativ gut angenommen wurde. Da sind zwar ein paar Fehler drin, aber gut. Ja, mega, mega Game. Ich liebe es. So, und dann habe ich euch ja versprochen, dass ihr auf jeden Fall noch von Altered hören werdet, hier auf meinem Kanal. Altered ist ein TCG, was jetzt herausgekommen ist, von Asmodee bzw. Equinox, welches ein paar neue Wege einschlägt. Ja, TCGs ist natürlich ein gefährliches Feld. Manche lieben sie, Magic kennt ihr ja, es gibt Star Wars TCGs, ne, Yu-Gi-Oh und was es da alles gibt, Pokémon, keine Ahnung, was da noch so aktuell ist. Es gibt ja unendlich viele TCGs, von denen man eigentlich ja quasi nur einen Bruchteil kennt oder von dem, ja, die meisten nur einen Bruchteil kennen. Und ja, ich bin gespannt, ob Altered sich irgendwie durchsetzen kann. Jetzt auf der Messe wird es natürlich auch sehr präsent sein und da könnt ihr es definitiv auch ausprobieren. Ihr könnt es aber auch bei Boardgame Arena spielen. Dort ist gerade quasi in der Beta online. Dort spiele ich auch regelmäßig, aber ich habe ja auch den Kickstarter gebackt. Das heißt, ich habe auch ein bisschen mit Karten gespielt, Karten in der Hand gehabt. Es geht einfach neue Wege. Das erste ist, wir kämpfen nicht miteinander. Das finde ich eigentlich richtig cool, denn dieses Standard, oh ja, ich habe irgendwelche Monster in die Mitte oder ich muss irgendwelche Charaktere in die Mitte schieben und dann muss ich die besiegen. So, ne, Locana ist natürlich auch mega angesagt. Das kennt man nun halt. Das ist einfach nichts Neues mehr und das ist einfach Standard. So, und jetzt haben wir aber einen neuen Weg. Wir wollen quasi Mehrheiten in verschiedenen Farben schaffen auf unser Board. Es gibt quasi so Expeditionen, eine mit seinem Helden und eine mit seinem Companion. Und diese Expedition, ja, möchte man, ja, vorantreiben. Das heißt, man möchte seinen Hero nach rechts bewegen oder nach links, je nachdem, wo er steht, und den anderen, den Companion, auch bewegen. Und in dem Moment, wo die sich treffen, wo die es treffen, hat man gewonnen. Und das ist das Ziel. Und wie macht man das? Immer, ja, wenn quasi die Runde abgeschlossen ist, vergleicht man die Werte in den einzelnen Farben. Und auf jeder Karte, auf der der Held oder Companion steht, sind einzelne Farben abgebildet. Es sind nicht immer alle Farben. Und wer da quasi die alleinige Mehrheit dieser Farbe hat, der kann seinen Companion oder Helden bewegen. Das heißt, ja, man bettelt um Mehrheiten in verschiedenen Farben, in den einzelnen Expeditionen. Und wenn man eine Karte ausspielt, muss man sich immer entscheiden, möchte ich in die linke oder in die rechte Expedition spielen. Das heißt, ja, auch da muss man ja ein bisschen taktieren. Und dann gibt es noch einen ganz coolen Mechanismus, wo ich nicht weiß, ob es den auch in anderen CCGs gibt, weil ich halt auch nicht so viele kenne. Ich finde, dass wir Karten, die wir gespielt haben, die kommen dann sozusagen erstmal in die Reserve. Und aus der Reserve können wir die in der nächsten Runde wieder spielen. Je nachdem, was für Karten das sind, mit höheren oder mit niedrigeren Mana-Kosten. Das finde ich auch ziemlich cool. Aber es gibt auch Karten, wo man dann Karten aus der Reserve ablegen kann. Entweder beim Gegner oder bei sich. Also es gibt auch dann verschiedene Möglichkeiten. Und das Spiel hat, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Farben, die dann jeweils drei verschiedene Helden haben. Das heißt, jeder Spieler hat quasi so ähnlich wie bei Commander, bei Magic, ja, einen Held, um den das ganze Deck dann auch gestrickt ist, um den das ganze Deck geht. Und da kann man sich dann aussuchen, in welcher Farbe man welchen Helden spielen möchte. Die Farben oder die Decks sind immer Sortenreihen. Also man spielt immer entweder Rot oder entweder Blau oder, ja, da kann man nicht irgendwie Rot-Grün oder sowas spielen, sondern man spielt immer eine Farbe. Und man muss sich dann halt immer aussuchen, welchen Helden man spielt. Ich glaube, bei BGA kann man pro Farbe immer nur einen Helden auswählen. Ich glaube, da hat man nicht die Möglichkeit, noch verschiedene Sachen auszuprobieren. Und man kann sein Deck auch noch nicht bauen und so. Aber ihr könnt das definitiv da mal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich noch die, auch eine sehr krasse Neuerung, bei der ich noch nicht einschätzen kann, ob das gut funktioniert und wie das so läuft. Denn alle Karten könnt ihr digital scannen mit einem QR-Code. Auf jeder Karte ist ein, ja, individueller QR-Code abgebildet. Und dann könnt ihr die Karten scannen mit eurem Handy in der App. Und dann habt ihr die quasi in eurer Collection online. Und dann ist es so, falls ihr mal eine Karte verliert, könnt ihr die nachdrucken lassen und euch schicken lassen. Das heißt, ihr müsst dann auch nicht mehr aufpassen auf irgendwelche krassen Karten und die tausendmal sleeven, weil ihr die euch jederzeit nachdrucken lassen könnt. Und nur ihr könnt euch die nachdrucken lassen, wenn ihr quasi den Besitz in eurer App nachweisen könnt. Das ist quasi ja Print-on-Demand. Und dann ist es auch noch ganz cool, man kann Karten upgraden in Foil. Also es gibt so in den Booster-Packs, ich habe ja auch welche geöffnet, gibt es so Upgrade-Karten. Und dann könnt ihr halt Common-Karts oder Rare-Karts oder Unique-Karts dann in Foil upgraden. Und dann habt ihr die plötzlich in Foil. Und dann könnt ihr euch die dann auch nochmal drucken lassen, sodass ihr die dann auch in Foil bekommt. Das ist natürlich auch ein gutes Geschäftsmodell. Ich weiß schon, wie sie sich das gedacht haben. Sie wollen natürlich, dass man die Uniques, die man zieht, die dann vielleicht nicht voll sind, dass man die upgradet in Foil und dass man sich die dann schicken lässt. Und dann machen sie natürlich auch noch so ein bisschen Reibach damit. Aber es darf halt auch nicht zu teuer werden. Dieses Print-on-Demand ist auch alles noch nicht freigeschaltet. Der Markt ist noch nicht freigeschaltet und das Print-on-Demand ist noch nicht freigeschaltet. Da kann ich euch auch wenig zu sagen im Moment, wie gut das funktioniert. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich das Ding durchsetzen kann. So ein krasser Hype wie Locana wird es wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, dass es so ein bisschen mithalten kann, dass es so ein bisschen Locana-Konkurrenz gibt. Ja, die bomben den Markt ja tatsächlich im Moment ziemlich zu. Mit neuen Karten, mit neuen Episoden, mit neuen Decks, mit neuen Möglichkeiten. Ich habe auch hier gerade noch so ein Starter-Deck oder sowas zugeschickt bekommen, wo man ja so einen Einstieg hat, wo man quasi das Spiel neu lernt. Naja, das hat Alltard alles nicht. Aber Alltard hat eine ziemlich coole Lore und eine ziemlich coole Geschichte so drum herum gestrickt. Und ja, das gefällt mir an dem Spiel wirklich ganz gut. Und vor allen Dingen auch spielerisch macht es wirklich einen sehr guten Eindruck. Das war es mit den sieben Spielen für heute. Heute leider ohne Ranking, denn ich habe tatsächlich, wir stecken mitten im Umzug. Ich habe schon diverse Spiele hier in Kartons und ich finde diesen dummen Beutel nicht mit den Losen. Das heißt, ja, da muss ich definitiv bis zu meinem Umzug dann warten, wenn ich wieder alles ausgepackt habe. Und da gibt es auch gleich wieder ein kleines Ranking hier in dem Gespielt-Video. Das heißt, ja, heute ohne Ranking. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Spiele zeigen und ein paar Spiele näher bringen. Ihr hattet ein bisschen Spaß beim Schauen. Ich hatte definitiv derbe Spaß beim Videodreh und beim Schneiden. Naja, ein bisschen beim Schneiden auch, aber es ist natürlich viel Arbeit. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Arbeit, die ich hier mache, auch wertschätzt. Und ja, überhaupt meine Videos wertschätzt, das gerne guckt, was ich hier mache. Und freue mich natürlich über eure Unterstützung dabei in Form von Abonnenten, in Form von Daumen hoch, in Form von Comments, in Form von Feedback. Ich freue mich über alles, was ich von euch sozusagen zurückbekomme. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also ja, gebt mir gerne einen G-Laumen hoch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ein Video zu gucken, dann habe ich hier zwei Vorschläge für euch. Hier oben eine kleine Rezension zu Chronologic mit Regelerklärung. Ein sehr cooles Deduktionsspiel. Und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist da was dabei. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.